So, was haben wir hier noch? Was next? So, gucken wir mal kurz, ob wir hier irgendwie sehen, wo das Kabel lang geht. Ja, hier vorne. Heißt also, um Umkehrschluss? Ach. One of them. Cool, cool. Schön geklärt. Okay, alle klar. Und ich komme also von hier in den Nachbargebiet. Äh, aber, gibt's ja noch irgendwas? Nee. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ach du Scheiße. Schön, jetzt kriegst du hier auch schon Schrotflinten-Monitionen. Das ist immer eigentlich kein gute Zeichen, irgendwie. Oh Gott. Sorry, wenn ich jetzt hier so ein Schisser bin, aber irgendwie so langsam kennt man halt Spiel-Dynamik-Aufbauten irgendwie. Ich saß doch, ich saß doch. Oh Gott. Das ist nicht zu sehen. Ja, irgendwelche Feinde. Tup, 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 tup. Da gibt's ja auch gar nichts hier anscheinend, oder? Wann, das ist alles noch drüben? Hallo? Is there anybody out there? Oh. Das ist mir nicht wohl, Freunde. Mir ist nicht wohl dabei. Okay. 10 AP, voll. Ist bitter. Jetzt sieht mir noch komisch aus. Jawoll. Okay, Pistolen-Monition und... Schade, ich dachte vielleicht so ein bisschen... Ja, was anderes. Naja. Okay. Gut, da vorne können wir uns anscheinend umgehen. Oh, fuck nicht doch, Alter. Bleib aus den Tunneln raus. Du solltest definitiv in den Tunnel gehen. Aha. Schön. Das ist doch so ein schöner Zwiespalt. Das ist doch so ein schöner Zwiespalt. Ach, Mann, toll. Schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, was hier alles herumliegt. Schön. Uah. Folge den Schienen. Machen wir die Taschenlampe nicht an? Irgendwie nicht? Da kehrt's hier irgendwas... Oh, Schrecke. Der Zug? Zug? Oh, oh, oh. Ah! Mann, lauf! Oh! 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 Okay, okay, okay. Cool, cool, cool. Mach dein Ding, mach dein Ding. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Na toll. Ach du, ach du Schande. Ja, na toll. Genau, oder? Huh. Schön. Ernst, schau. Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter, chill doch mal. Kann ich dich nur verletzen oder irgendwas? Oh Gott. Na toll. Oh, okay. Okay, also kann die... Oh, schön. Kann er die umkippen, oder was? Das ist ja... Ding! Wo ist er? Okay, also er kann... Er kann... Er kann die Züge definitiv umkippen. Das heißt, ich würde mal versuchen, ihn hier... Oh, Scheiße. Aber er muss anscheinend erstmal seinen Boost anhaben. Oh. Dann muss er das Ding anscheinend irgendwie seitlich treffen, was jetzt nicht einfacher ist. Oh. Kommt er hier hin? Ah, die Mucke ist geil. Okay, Jutze, kommt er nicht hin? Okay, hier haben wir so eine kleine Safe Zone. Kann ich ihn denn... Ach nein, ich kann ja nicht durch die Züge schießen. So. Ich würde ja gerne, dass er diesen Wagen hier wegkickt. Irgendwie. Das wäre echt cool. Schade. Hau den nochmal richtig um. Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt natürlich eine 10 Nummer hier. Irgendwie. Kannst du auch mal ausspielen. Ah, okay. Alles klar. Er ist Max. Ja. Mann. Aber er haut ihn halt nicht ganz um. Das ist, ähm... Schwierig. Schwierig. Ja, ich lasse es sein. Auf jeden Fall quasi damit, dass er ihn umkickt. So, wahrscheinlich müsste er mal hierher kommen. Gut, gut, gut. Stille. Okay, ich würde jetzt erstmal versuchen, ihn durch das Tor da vorne zu locken, damit er das aufmacht. Sehr schön. Oh, 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 okay. Guck mal, was ist das wie? Tja. Okay. Gut, anscheinend können wir jetzt hier in der Halle erstmal wenigstens ein bisschen geschützt sein vor Max. Und was haben wir denn da? Was ist das? Nice. Es scheint, wie es durch die Schraubenzieher ist. Ja, und ich würde ja einen Schraubenzieher haben. Oder irgendwas. Aber hier. Ah, jetzt rum. Oh. Schraubenzieher. Nice. Laderampe. Ersten Stock. Okay. Ich muss ihn reparieren oder was. Na gut. Denn... Wirklich? An jeder Schraube? Echt jetzt? Das muss dann. Das muss dann wirklich nicht sein. Könnte da einen Chip reinstecken? Aha. Was für ein Chip. Müssen wir jetzt den Chip suchen? Ja. Es ist blockiert von der anderen Seite. Ja, es ist blockiert von der anderen Seite. Ja, es ist blockiert von der anderen Seite. Komm her. Was ist da oben? Drüben? Was? Komm her. Vielleicht sollte ich damit erstmal warten. Irgendwie mit irgendwelchen Sachen wegballern. Um da eventuell irgendwo rauf zu kommen. So, was haben wir da? Zum Futteren. Okay, es geht doch so. Ähm. Ja. Na toll. So, der Textik muss jetzt wieder raus, oder was? Sollen wir den hier nebenan? Ach du Scheiße, ey. Sollen wir den hier nebenan den Sicherungskasten aufmachen? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder was? Oh Gott. Und der wartet da doch schon. Da ist er doch. Oh. Ai, 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 ai. So. Genau. Machen wir mal hier was drauf. Okay. So, dann mal gucken mal. Ja, wo kriegt der denn den Twin-Chip her? Ich fahre jetzt wieder rüber? Geht ja nicht. Das Ding ist weg. Äh, Details. Warte mal, da vorne war doch auch so'n... ...Ding, wenn wir uns immer ins... ...Sicherungs-Kasten. Irgendwo muss ich ja so'n Chip herbekommen. Da muss ich jetzt... Echt jetzt, ey. So Käse. Ähm, okay. Okay, okay, okay. Wurde ich jetzt hier mal rüber. Oder einfach an der Seite wegspargeln. Was ist denn das? Oh, komm. Guck Gummi, Junge. Alles klar. Ja? Ja, du bekommst den Willen, mein Großer. Klar. Und ob. Sind alle nur für dich da. Ja, war der denn hier nicht auch so'n... Ach, verdammt. Ach, Mist. Hm. Ich mich ja an eine unmögliche Lage jetzt hier braucht. Na, schön. Was ist denn, Mist? Ja. Ja. Ach, was ist denn, was ist denn hier? Schade. Aber irgendwie muss ich doch jetzt hier vorne mal irgendwo so'n... Wie kriegt denn so'n Chip her? Kriegt die ein Chip in der Fabrik? Aber hier kann ich ja nie hin. Ja, hier ist... Hm, alles klar. Du musst irgendwie versuchen... Oh, warte, warte. Nee, muss ich jetzt hier rumspringen, oder was? Oh Gott. Nee, da kann ich dein Ernst sehen, oder? Hm. Nee, besser nicht. War ich denn jetzt? Okay. Oh. Also, das ist jetzt nicht besonders arbeitssicher. Jetzt kommt Freunde. Freunde. Der Shinizu-Chip. 1V. Okay. 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 Cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Wenn ich die da drüben ran mache, geht dort die Tür auf. Oder was? Oh, komm mal. Oh, komm mal. Was ist denn, wenn ich jetzt hier so ein Chip rinne? Okay, das ist einer. Ja, ich möchte jetzt, ehrlich gesagt, das ist ein geiler Song. Aber, äh, Junge, du bist hier auch mal weg. Jetzt verstecken, vielleicht lässt er von mir ab. Hey, hey. Puh, okay. So, dann gehe ich jetzt hier mal hier vorne hin. Und sage, hier macht doch mal den NSV-Chip rein. Sehr schön. Ah, ein Shinizu-Chip 2V. Okay. Finde den 3V-Batterie. Was? Den 3V-Batterie finden. Hey, du bist Gary aus der Electric? Nein. Dann fass verdammt nochmal nicht. Äh, verdammt nochmal. Blablabla. Normal. Hi. Du bist Gary aus der Electric? Nein. Dann fass verdammt nochmal die Schalltafel nicht an. Cooler Spruch. Muss ich mir merken. Äh, ich weiß, dass der Aufzug nicht richtig funktioniert. Ich arbeite daran. Also wirf eine Entspannungspille ein oder was ihr Typen hier sonst so herstellt. Ich überarbeite gerade die Elektroverteilung des gesamten, äh, der gesamten Anlage. Darum bekommt der Aufzug manchmal nicht genug Saft. Das Kraftwerk hat sämtliche Leistungsschips auf der unteren Ebene gegrillt, sodass ich sämtliche, dass ich ständig Chips aus anderen Schaltkreisen umschalten muss. Damit der verdammte Aufzug auch nur einen Schluck hochfährt. Entschuldige bitte. Vielleicht einen Schluck auf hier. So ist das Leben. That's life. Ja, okay. Alles klar. Gut, also... Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich den jetzt... Okay, also die Tür bleibt trotzdem offen. Das ist ja schon mal ganz gut. Das ist ja schon mal gut. So, heißt... Ach, du meine Nase, Alter. Ah, okay. Alles klar. Hier sind quasi drei so eine Widerstands... Ne, mach mal drei so eine Widerstände oder Transistoren oder irgendwas. Und das heißt, dass das Element hier wirklich nur mit 3V funktioniert. Und das mit 1. Ah, das ist natürlich gut. Natürlich auch mal. So, blockt von der anderen Seite. Moment. Ah, nee. Sieht gerade so aus, als wenn... Na, ihr wisst schon. So, gucken wir nochmal. Dein Territory. Okay. Was ist jetzt passiert? Wenn ich hier ein Rimm mache. Ist das Ding offen da drüben? Aber ich nehme ihn wieder raus. Oh, nicht hier. Oh, okay. Okay, alles klar. Alles klar. Er hat drüben aufgemacht. Keep on running. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Mann, Alter, mach doch mal hinne. Okay. Hier. Oh Gott, Alter. Oh Gott, wo sind wir? Okay, ich scheine auf jeden Fall erstmal nicht hinzukommen. Aber es heißt nicht, dass das hier irgendwie entspannter ist. Den ganzen Strom hier. Oh, fuck. Oh. Oh Gott, oh Gott, Alter. Echt, jetzt ist ja so ein Stromlabyrinth. Oh, Leute, das ist doch mies. Also, das ist eine ganz miese Idee. Oh, ich werde so draufgehen dabei. Oh, nee. Lass mich raten. Lass mich nicht berühren. Och, Kinder, nee. Das, wer kommt denn auf so eine Idee, Leute, ey. Richtig jetzt mal. Wieso? Knusper. So, heißt also, wenn ich jetzt hier ruf springe. Was habe ich davon? Komme ich da irgendwo anders hin? Können wir hier hin springen? Spring hier hin. Wieder Wind. Ah, wie, wo wir waren. Okay, also nicht berühren. Kann ich hier hoch? Ist hier irgendwas? Und lauter Feinde. Das ist ja toll. Ey, nein, trefft ihn von hier oben nicht. Das beste Killposition ever. Und er trifft ihn da nicht durch den blöden Zaun. So, und okay, dann lock ich dich hier nach vorne. Finde ich gut. Gefällt mir. So. Okay. Okay, okay, cool. Kommen wir also von hier zu der Tür. Geht nicht auf, Krieger. Na toll. Warum kriegt die Tür nicht auf? Leute, wieso? Echt jetzt? Mann, ey. Ist das fies. Ich liebe so scheiße an diesen ganzen Plattformen-Dingern, ey. Kann ich jetzt hier lang? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach. Ach, du Scheiße. Ach, du Schande. Ach, du Sch... Spring auf, da! Sollte ich jetzt wirklich in der Mitte, oder sollte ich jetzt links oder rechts lang laufen? Oben. Guck mal. Über die Traverse, aber das in der Mitte sieht mir auch recht wichtig aus. Irgendwie. Ist bestimmt irgendwas. Was ist denn hier hin? Hier muss ich mal kurz die Scherbe runterhalten. Da muss ich mal schauen. Hier muss ich mal gucken. Da forsch' mal nochmal nach. Und nischt. Wie schön. Aber wozu das hier unten? Was soll das? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Okay. Ich muss also... Muss ich runterspringen, oder was? Ich geh da jetzt mal rüber. Sollte bestimmt nicht der Weg sein, aber... Okay, hier ist jetzt nichts weiter. Na gut. Vielleicht doch auf der anderen Seite lang. Ah, vielleicht... Warte mal, vielleicht kommt ich oben über das Dach in das Haus ran. Dann muss ich den anderen Weg gehen. So. So. Ja, das sieht gut aus. Über das Glüftungsgitter kommen wir hin. So, das ist ja hier nischt. Warte für'n Quatsch. Warte für'ne Ablenkung. So. Kurz hier guckt's. Hooray. Guten Tag, Freunde. Da sind wir. Und hier haben wir... Jetzt... Haben wir den Ladenchen? Haben wir jetzt hier den 3V-Chip? Oder was? Ja wohl. Ja wohl. Du bist nicht in Wales. Je nachher du gehst, je nachher du gehst. Spiel mit Elektrikisch nicht ändern. Also werde ich dich hier verhäten. Du bist selbst. Okay, kann ich die jetzt hier abwärmen? Bitte! Für was? Oh, das wäre schön. Das wäre schön, das. Sehr nice, sehr nice. Ja, der Plan. Da geht's auf. Das ist eine Scheiße. Oh, die scheinen sich wieder zu reaktivieren. Irgendwie? Wahrscheinlich. Das ist jetzt irgendwie so... No, ist der Letzte. Da. Na, kommt noch einer. Oh! So war es das jetzt hoffentlich, bitte. Yes. Erfrischend. Schön. Schön, wenn es für dich erfrischend war. So, wunderbar. Zack, 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 zack. Alle Chips. Alle dabei. Nein. Nein. So. Okay, haben wir jetzt hier alles? Hier können wir nichts mehr nehmen. Das auch alle. Das haben wir. Wunderbar. Schön. Tja, na dann würde ich mal sagen, wir müssen zurück. In die Fabrik. So, ist er hier noch unterwegs? Bestimmt, war. Mist. So. Na komm, mein Großer. Komm mal her. Und es wäre schön, wenn du den Kitzel zerstörst. Die Frage ist aber auch, wo ist hier los da drin? Ja, da ist was drin. Hm, da ist was drin. Hier ist was drin. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie anlocken. Damit er sich das grabelt. So, wo ist er? So. Der, 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 der Junge. So. Ah, okay, echt? Muss ich das jetzt selber zerstören, oder was? Nee. Versteh ich nicht. Kann ich denn nicht zerstören? Zerstört er das. Kippe drum, Mann! Hm. Das ist ziemlich komisch. Na gut, okay. Dann gehen wir mal erst mal wieder zurück. Uuuuh. Uuuuh. Sehr schön. So, relativ unbehelligt hier rübergekommen. Das ist doch ganz gut. Oh! 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 Junge, Junge, Junge! Die sind echt fies, ey. Und die fressen nur richtig. Das ist nicht gut. Okay. Okay. Fies perfekt. Fies perfekt. So, Problem ist aber. Ja, ist on. Wenn ich jetzt hoch fahre, ist der Chip hier unten. Ansonsten fährt er nicht hoch. Das ist so ein bisschen blöd. Es sei denn, ich komme da runter und kann die Tür öffnen. Börse bin. Raffi. Ja. Raffi. Ja. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020